Hoi, was geht am Leute, Hwang hier. Wieder auf dem Weg zum Fontainment. Ich war gestern dort, mit Chong haben kurz vorbeigeschaut, aber nicht wirklich was gedreht. Mal schauen, ob ich das Material verwenden kann. Ihr wisst, Chong ist jetzt nicht so stark, was Videos angeht. Also haben wir nichts gedreht. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Fontainment wieder. Samstags, glaube ich, jetzt werden wir drehen. Mal schauen, wer alles da ist. Also Bargisch hat es schon mal abgesagt. Chong ist zwar sicher da, aber wie gesagt, Video-Technisch ist er nicht so stark. Kommt drauf an, ob Nico kommt oder nicht. Dementsprechend gibt es vielleicht wieder eine Woche, wo ihr keine Videos bekommen werdet, aber schauen wir mal. Was geht ab, Rutsch? Ich will. Was geht ab, Porsche? Was geht bei euch? Das ist gar nichts hier. Ja, wer hat alles entdeckt? Was geht bei einem? Ja, der Boss halt. Ja, wer sonst? Wer kümmert sich sonst hier um irgendwas? Offenbarlich, gell? Das stimmt halt nicht. Keine Ahnung, Mann. Oh, so ist es. Hast du es mitgenommen? Ja, klar. Bester, Mann, besser Schöne. Es geht ab. Großmann. Witze. Ja, hab ich noch gut. Ich will mir deinen Pfanddeck überholen. Ist aber echt bestätig. Warum spielst du zu fullisch? Nein, nein, das wärst du dir. Kannst du dir. Nur was kleiner. Und ein weitergesnutzer ist das Deck hat ergeboten. Okay, schau mal, ich hab den anderen Kleiner an. Soll ich mir jetzt den suchen oder den mit Null? Nein. Okay. Okay. Ich hab hier den Praktikanten. Er wurde in Pokémon Go gebannt. Wohnt ich halt echt nicht, Mann. Deswegen ist er zurück. Damit wir wenigstens rechtfertigen. Hier hab ich sein Deck. Ich hatte es. Kostet ein halbes Jahr. Was? Kannst auch weh gehen, aber alle Effekte werden hier gehen. Oder auch die. Wie lange werden... Warte, wie lange werden... Warte, wie lange werden... Oh, danke, Bro. Endlich wieder mal. Warte, warte, warte. Wie lange wird... Schau's dir an? Für die Kamera. Ja, Alter, ich vertrau dir schon, dass alles drin ist. Scheiße, die Kopie ist. Aber was? Ist alles drin. Ist alles drin? Ja, ich schau's dir halt an. Ja, ich schau's dir halt an. Diese alte Cosmo-Gefülle weg. Ich schwö, ich hab weg. Ich hab echt geleitet. Oh mein Gott, sogar ein Braxhaut ist drin. Das ist ja alles dabei. Alter, Braxhaut ist wieder gestiegen, Jungs. Nett, geil. Oh mein Gott. Ich bin wieder dabei, Jungs. Aber was soll ich mit denen jetzt machen? Ich? Ich bin echt auch rein. Oh mein Gott, das war's. Warte, wo ist meine Logie? Jetzt braucht sich jeder eine Logie. Ich zeig dir einfach nur eine Logie, die wir jetzt brauchen. Ich sag so, du machst du Endfrags? Nein, also, warum macht weiter? Er kommt in die Kopf, ist nicht erinnert. Meine Damen, finanziell ich immer ein neues Deck, Mann. Verkauft es jetzt, um mir alles raten? Was wir noch so brauchen, Leute? Auf Angelegen. Keine Ahnung, ich will sogar weiter Cosmo im Kopf. Cosmo braucht in der Ecke, Mann. Kann ich nicht. Anschluss, geht halt. Nein, ich weiß nicht. Der Finkler ist Cosmo-Lenzer. Der Finkler ist einfach. Genau, ich weiß nicht. Ich bin der auch Blue-Ais. Das ist schon... ...und ein Zeitdecker nicht perfekt. Jo, ich darf es. Ich muss mal sehen. Ich bin nicht überzeugt vom Portugal. Das ist doch passiert. Ich zeig mal. Hast du die Hände? Aber doch nicht. 2? Was? 1? 2? 2? Scheiße, ich weiß nicht was wird zu reden. Ich weiß nicht was wird zu reden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jungs, zum Turnieren. Bitte, allein die Karte. Aufziehst du. Sei ehrlich. Das ist aber nicht unbedingt. Das ist einfach so gemacht. Nee, ich meinte, komm ab. Wenn du selber was kriegst, funktioniert das. Nee, so special Sachen. Gibt's doch irgendwo, die haben doch einfach so special Token. Ich hab keine Ahnung. Sieht schon klar, aber so. Und ein halb! Für ein Turnier? Für ein Turnier. Das ist einfach ein Gewinner. 8? 8? Zeig mal die Kamera. Geheimtipp von Mert. Holt euch sie an. ABC und so. Ja. Weißt du wie? Ich hab zuhause in meiner Kamera auch ein paar gelegt. Wie viele? Eine hab ich gelegt. Oh mein Gott. Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung. Digga, ich hab meinen Kamera auch da gelegt. Ja. Alter, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das geht nicht. Warum? ABC nicht. Also gegen 20, ich weiß nicht. Ja. 24? Ja. Das geht nicht. Es geht 16. Ist auch schon gut. Oh mein Gott. Wollt euch alle gern? Wollt alle zu mir? Alle. Das war's. 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 Abgehen wollt ihr? Ja. Ein spannendes Match. Finale von... Locals. Von Temel mit München. Der Afghane war sich siegessicher. Er war garantiert schon erster Platz. Aber jetzt... Jetzt sieht's... Nicht mehr so gut aus. Okay. Also da muss noch was kommen. Also vor dem... Duell ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob er drawen soll. Und man muss noch vor Kamera sagen, weißt? Damit er sicher erster Platz ist. Aber der Afghane ist ein Ergenmann. Er spielt das. Ob er diese Entscheidung bereuen wird? Ich will den lieber zu bereuen. Wir sehen jetzt nach der Werbung. Er hat vor Ort noch wo er alles hat. Er hat alles seinen Set-Cutten gezogen. Er hat nur Seiten-Cutten gezogen. Als ich am Anfang die 2 Flags Seas gesehen hab. Ich war mir echt sicher. Ob ich das geboren hätte er auch. Er hätte ja nur ein Monzer für dich. Das könnte so schlimmer sein. Okay, lass keine Monzers. Er hat gewonnen, aber ich war nicht schlecht. Was spielst du jetzt so? Nach deinem Comeback? Ich glaube, ich fahre vor allem nach kurzem ein bisschen. Ich teste mich mal so ran, jetzt nach der Liste. Weil ich habe keinen Plan, wie das mitte und so ausschaut. Ich schaue mal, bis es so läuft nach der Liste. Wenn es mir gefällt, dann bleibe ich dabei. Wenn nicht, dann wechsle ich. Am Geld liegt es nicht, aber es wird jetzt echt vor Direction Neustake und dann testen und ihr und dann. Der Meister spielt auch noch Cosmo. Ich weiß, deswegen würde ich auch gerne noch bei Cosmo bleiben. Also mal gucken, wenn es mir taugt, dann bleibe ich bei Cosmo. Aber ich würde schon gerne bei Cosmo bleiben. Was meinst du? Ich habe Cosmo schon lange aufgegeben. Boah, wieso denn? Nach WCS Brackmann, das war mein Höhepunkt mit Cosmo und danach. Danach bin ich Pendelspieler geworden. 3 in Lua? Wo ist das? Ich weiß nicht, er hat drei Sachen zuvor, aber... Ja, stimmt. Schauen wir mal. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie du sagst. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du sagst. Ich weiß nicht, wie du sagst. Das ist ja. Ich weiß nicht, wie du sagst. Was ist das? Was ist das? Drei Karten. Bist zu oder musst du? Einfach drei Karten. Bist zu 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 drei Karten. Das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Das ist Kassilo. Ich will noch Eltern spielen. Ja, ja. Also Elon findest du schon sicher, ich kenn ihn. Ich sag noch, du hast noch 5, 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 du hast noch 2, du hast noch 5. Oh mein Gott, sind die dieses Lächeln? Lecker, du hast zu rosieren. Das ist sehr gut. Fakt. Alle Effekte wurden akkuliert. Das heißt, wir haben hier das Recht. Aber die Deckung der 300,000 Euro geschafft. Das heißt, 300, 600 Euro oder 1.000 Euro. Außer er selber. 1.822 Euro. Dann hat er 4-1. Skirapt hat ihn. Skirapt macht. Was ist los hier? Ich hab gearbeitet da. Alter. Ich bin nur arbeitend. Ich hab eine Nachhausefahrt. Ich hab eine Nachhausefahrt. Das muss gut machen. Ich hab eine Nachhausefahrt. Wenn ich so etwas schon sehe. Das ist alles. Warum machst du nicht selber? Ich komme in einem Monat wieder. Ich hab euch schon los gehört. Der Einsatz von Jungs ist nicht so gut. Welcher Einsatz? Die machen das. Ihr macht das jetzt. Mach einfach. Egal. Ich gewinne. Schau, du gewinnst. Ich sehe sowas schon sehe. Bis dahin. Schau, Mama. 2,50 Meter. Ich würde nicht echt... Ey, mach das mal. Ich dachte, ich gewinne. Es ist echt unsicher, ob wir noch weitere Videos machen. Ja, aber... Ihr kann es ja machen. Wenn wir es machen, dann haben wir schon mal was. Verstehst du? Dann sind die anderen selber schuld. Ja, ich weiß nicht. Morgen. Morgen. Danke. Danke. Danke, Aline. Wieso machen wir das nicht? Ja, eine Idee. Du brauchst auf die Leute, die sich davon beschäftigen. Ich bin jetzt von mir. Oder wollte halt die Intelligenz. War das schon echt gefällt. War das ein Stück. Wie kann es noch mal ein anderes Stück? Von Köln? Von Köln, Mann. Irgendwann im März. Das ist echt krass. Was? Irgendwann im März war das. Das ist krass. Ich bleib bei Cosmo. Das war sein Highlight, Mann. Sein bestes Turnier war das. War ja nur, Mann. Der einzigste, der da fit ist Lightning. Das ist das einzigste. Der kommt jetzt auch weiter. Das ist ein Pfeffer, ja? War das Lightning? Dann ist vorbei. Das ist halt anders. Ich probiere Lightning. Und die Effekte koppeln. Und die Effekte koppeln. Spielst du es mit, Falk? Eine. Das muss man mit. Eine Spitze. Zwei oder drei fällt. Ich schwör. Aber schau. Er ist doch der Einzige, der überhaupt dran denkt. Die anderen denken ja nicht mal dran. Was denn? So was auch nicht? Ja. Ich mach daraus Gold. Aber alles, du weißt ja. Alles dokumentiert, gell? Machst du sowieso noch was? Ja, ich weiß schon. Nicht Klagebuchführung. Ich hab doch schnell den Ordner gesucht. Wenn's dein Channel online geht. Falls dein Channel online geht. Tschau mal, Mann. Wollt ihr noch einen Channel-Dieg aufsachen? Ich hab die schon aufgemacht. Zehn Abonnenten haben wir schon. Den Punkt? Ohne ein Video, ja, Mann. Wie heißt der? Ich geh bitte hier, go. Schau, 107 hab ich. Es fehlen noch ein paar Stück. 107 hab ich, oder? Ja, du musst dir vorstellen. Ich hab die gesammelt. Als es noch PokeVision war, wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen. Ja. Das ist viel easy gewesen, Mann. Der Ding, Pratini gesponsed und direkt hingefahren. Ich bin ein ehrlicher Spieler. Genau wie NewGiO. Welches Alter bist du? War ich, meinst du? Oder warst du? 26. Ja, und ich spiel seit 3 Wochen nicht, bitte. Ja, und jetzt? Bitte. Ich spiel seit 2 Wochen auch nicht. Bitte. Bitte. Was sagst du, was du dann wärst jetzt? Was? 28, oder was? 29. Junge, das sind 240.000 EPs. Drei Wochen nicht. Ich hab wenig. Ich wär Taco nach draußen gewesen. Genau. Easy. Ich bin Taco nach draußen. Und hab ich dich nicht eingeholt sogar? Ich hab circa schon überholt, Mann. Ja, weil du kürzt bist. Ja? Du meinst, weil dein es geht und meinst nicht. Alter. Derzeit ging's, Alter. Nein. Doch. Wann machst du vor... Okay, warte. Vor 3 Wochen warst du 26. Also glaubst du das nicht? Da war ich doch schon. Glaubst du das einfach nicht. Ja, genau. Alter, vor 2 Wochen war ich ja schon 26. Zeig mal jetzt deine... Okay, ich wollte nur sagen, wir schauen uns jetzt... Wir schauen uns jetzt das Pokémon an. Was ist der 4. Beste zu sein? Warte, warte. Ich kann doch nicht gucken. Ja, was ist aber der 4. Beste, das weißt du? Weiß ich nicht, nein. Okay, ich wollte nur mal sagen. Mein stärkstes Pokémon war Dragoan mit 2.500. Was ist dein stärkstes Pokémon? Mach! 2.200. Also bitte. Wo kannst du mit mir konkurrieren? Du hast echt geteilt. Habe ich einfach nicht. Habe ich einfach nicht. Ja, was bist du denn von mir? Das passt schon, Alter. Echt schlecht. Echt schlecht. Warum ist das schlecht? Für dieses Level ist es wirklich schlecht. Ja, aber ich schicke ernst wie Zeugs weg, Alter. Ja, das ist richtig. Digga, warum machst du das? Ja, weil ich nur die Kassen behalte. Wie viel Sternstab hast du? Ich habe noch 30.000 jetzt. Ja, und würdest du mal langsam ausgeben? Hä? Mach ich schon, Alter. Bleib nur ruhig. Weißt du, was ich mache? Ich habe vor der Tür, vor der Entwicklung. Ich habe meinen Dragora, den ich entwickeln muss. Den Kunkowai, den ich bald habe. Und einen Lachen. Also ganz ehrlich, wenn ich so zuhause bin und denke, nochmal rausgefunden und go anfangen. Motivation null. Aber wenn ich so alle spielen sehe. Ich bin wieder zurück vor dem Auto vorfahren. Ja, brauchst du Hilfe? Zum Fuß würde ich sogar mitgehen. Zum Marienplatz. Zum Richard, oder was? Alter, bitte. Ich kann dem Homs nicht schlafen. Ja, dann gehen wir. Ciao. Kommst du mit? Sieht sich. Ja, okay bin ich dabei. Aber nur wenn Homs den Popo auslässt. Nee, ich muss das machen. Digga, wir schlüpfen gleich 13 Kilometer. Ja, Mann. Deshalb will er mitgehen, Alter. Er braucht doch 500 Meter, Alter. Er braucht doch 500 Meter, Alter. Er braucht doch 500 Meter, Alter. Alter, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nehmt mal liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Und seit neuestem haben wir auch einen Popomon-Channel. Schaut mal vorbei, falls ihr nicht genug von uns bekommen. Und ansonsten schaut's bei Chong's Turnier vorbei. Am 18.09. Echt cooles Turnier. Dann CCG. Ich bin für's Facebook. Alles unten in der Beschreibung. Und bis dahin leidet nicht. Turnier! Danner wir den